Hallo, Peoples und Kuma. Well met. Komm. Klient. Klient. Wenn die in den Busch kommen, werden die in den Arsch gefickt, okay? Mhm. Womit hast du angefangen? In meiner Crew. Oh, manche Leute fangen mit Silver Bolts an. Einfach nur Early Game Fick. You know, Butt-Sex und shit. In Level 2. Ich will erst mit Level 3 Dieb gehen, also richtig Hardcore Dieb, weil dann habe ich meine Laterne. Das gilt meistens zweitens meine Ehe. Wait, wait. Sie wird hier reingehen. In der Fall kommen wir von hinten. Hallo? Na? Na? How are you? Ich push mit dir Early, damit so schnell wie möglich wir zwei kommen, weil Kyle muss zurück und so kriegen wir den Dings. Den Walusch. Fahrrad trifft nicht. Trifft sein Shit nicht, Nigger. So, ich will's okay, ich muss zurück. Ja, super. Einen habe ich mir genommen, du warst in der Zeit da. Why are you doing this? Konzentriere dich auf Fabi, ich will die nur ein bisschen pauken. Damit wir Kyle aus Lane harassen. Damit sie in den A gefickt wird. Das ist scheiß kein Unmini, macht viel zu viel Schaden. Mh, mh. Bitches, now why? Was? Well, Matt. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du so viel Schaden gemacht hast. Hm? Ich meine Tonnen von Schaden, wusste das nicht? Die war irgendwie auf 200 Leben, dann war sie irgendwie nicht mehr auf 200 Leben. Alter, das war ein Thresh-Auto-Hit plus eine Kuhne-E. Das ist Tonnen von Schaden, Alter. Meine Kuh macht jetzt schon 95 Schaden. Ohne alles. Also, mit AP und was sie von selber hat. Wow. Würden sie gerne. Haben sie einen? Wow. Dad hook. Scheint nicht so. Ja, ich habe mit Alex mal so gemacht. Haben sie einen Moment Zeit, über Jesus Christus und Erlöser zu reden, dann habe ich ihr gehuckt. Das war dann voll witzig. Ich habe wieder Moslem. Deswegen, ja. Kannst du nicht not get hit? Du weißt? Nein, ich kann nicht. Knoten schlagen. Von Knoten geschlagen werden. Warum? Kassi hat gefragt, ob gewordet ist. Nur der Lane-Busch, habe ich gesagt. Tee. Der Lane-Busch. So, hat das so geschrieben. Can you not not, Varus? Can you? Was? Hi. Na du. How are you? Bitch. Oh, kannst du bitte nicht aufhören? Zumindest hast du mit Wutz angefangen, ne? Und Potts und shit, you know? Hm. Weiß ich immer. Bin der angefangen. Was? Get dunked. Get dunked. Dorius. Ist nicht sechs. Ich war nicht so trotzdem. Get dunked. So total unoffensichtlich, dass du da im Busch bist. Genau. Ich hab kein Mana. Ich bin exhausted. Uuuuuh. Die Demages. Puh, die Demages. Ey, ich bin doch ausgewichen. Lol, so like nope. You did not. Dorius. Dorius, ui. Egal, Dorius hat ihn eben getötet. Und Jax hat Teleport raus. Mit Teleport, ja. Und why? Fuck this shit. Ich hab kein Mana, sonst wär ich zurückgekommen und hätt sie gehuckt. Hu. Huiii. Ich glaub, wir gewinnen leicht unsere Lame. Weil du hast Farm und Ende nicht. Und ich hab auch einen Farm. Und die Keilen nicht. Ich hab Farm mehr als sie. Sie Bitch. Okay. Ich hab das Italiener. Guck mal, ich weiß ja nicht, aber dodgen genau. Ich hasse dich auch. Wow, ich muss die Seele haben. Hab sie. Ich bin gestorben, bevor diese Dinge auf dem Boden angekommen sind. Du hast welche. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Die, die will's aber auch, ne? Dumme Hure. Gechockt. Letztes Spiel hab ich deutlich mehr Schaden gemacht. Ja, da war's aber auch Endgame. Endgame Fantasy. Kaputt. Hier ist ne Seele. Ach, sie. Da wurde gewordert. Could you please stop laughing? Bude Kinoot. Ist dein Ward ab? Wenn möglich, weil mein Skull auf Cooldown. Good job, Dalla Dalla. Hast du, okay, weiß, top lane. Dann Ward noch nicht, dann warte noch. Wie gesagt, meine Ward ist hier nicht ab. Okay, ja, ich weiß, mit Lighten schütten noch. Au. Can you not, not, Varus? Feuer, go on, fokuss auf Support. Oh, you can't kill my edy carry because of me. Yeah, fokussing me would help. Danke. So. No problem. Zucker blau. Hat's nicht genug für ein BF? Mh. 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 Doch. Aber dann hättest du nur ein BF und keine Schuhe. Ja, okay. Nein, weil, gut, so ist auch passend. Weil du holst dir ja als erstes Blade of the Doom King, ne? Genau. Oh, 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 hallo, hallo. Oh, die sind sterblich. Sorry, Kuma. Kuma, nein, Cooldowns. Biosirius. War da ein Ignite drauf? Nein, ich hab kein Ignite. Ja, also, dann hat er zur Barriere gepoppt. Und Double Kill. Ja. Merklai, you know? Shut the fuck up. Hätte nie ein BF, wäre das mein BF. You know? Ja, die Kale hab ich aus Versehen getötet, weil du hast die ganze Zeit auch sie gehittet, während sie ihre Ulti hatte. Und den letzten Hit, als sie genau weggegangen war, hatte ich. Was bohrt der denn? Oh, Dorans. Ich hab Dorans länger. Dorans. Was? Mana Regie, you know? Und Early Damage. Gejoked. Siehst du das mit Lenk? Gejoked. Ein Spell Immune und Shit. Ich geh kurz, wow, und mach kein Shit. Hm, hände ich doch. Warum hab ich nur das Gefühl, Morin? Weil du das gleich abkackst, einfach. Weil Aids bekommst. Oh. Hallo. Die macht mir viel zu viel Schaden, ey. Nein, die. Ich weiß. Extrem Schaden. Ist das im Ernst, oder? Oh, ja. Ich glaub, du scherzt rum. Nein, nein. Dann sag das nicht so rionisch. Mit O. Trionisch. Hashtag Trionisch. Ich dachte auf einen Moment, ich werd... Ich sollte auf den Trash vorzuspielen. Fuck. Hallo. Hi. 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 Na, wie geht's? Ja, bitte. I have no idea, what you talking about, Nup. Get fucked. Nein. Get dunked. Geh nicht so deep immer in den Tower rein, okay? Im Unfall poke die nur, bis die Lowlifes sind und lass die back gehen, weil dann kann er nicht farmen. Du weißt, dass ich in der Range von, ich glaub, 450 habe. Ich hab auch nur noch 450. Ich muss... Na, Ron. Ne, ich hab 375... Ne, warte. 550, so rum. Du hast wenigstens Spell, der weit geht, weißt du. Und ich hab... Ja, aber dann geh nicht so tief in den Tower, weil... Pass auf. Dann poke die nur ein bisschen. Und wenn die unter Tower gehen, dann lass die. Ich bin kurz dumm. Ich hab vollkommen keine Ahnung. Ja, Leute. I know who's dead. Not me. Fick dich. Nein! Nein! Please! Please, 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 please. Hei-ho! Ha! Nops! Get mad leichte! Get fucked! Come to your fucking gaylords. Oh! Nein, 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 nein. Oh! Was wusste du gerade? Sorry. Sorry. No, please, 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 please no. Please. Abo no, please, my no. Puh. Hallo, Kev. Mad life, seh. Was war das? Wird wieder da. People and shit, you know. Ich geh back, you know. No mana, no life, no shit. Ja, er ist ja eh alleine. Ich bin nur gesagt, dass hier vier super weichte, softe Seelen liegen. Oh. Zwei. Zwei. Eins. Halt die frische Morgana. Oder auch nichts 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 Morgana. Egal, wir gewinnen das locker. Ist nicht dein Ernst, oder? Geh weg. Nein, den wollte ich nicht angreifen. Ich bin schon mal dabei, Ben. Shit, Toplane. Ich bin echt. Wie steht der Jax? 0-3. Wow. Aber deren Dings. Marist, 3-1, 2-3-4. mit einem towers aufwecken müssen endlich versuchen objekte genau wegdrehen entschied wenn er so der kalix mehr herkommen anstatt anderen top zu kämpfen obwohl der ding ist nur durch die ufer ist sieht steht der holz ich weiß okay fack 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 warum bist du auch so gefiedert man why not ich bin kurz weg ich bin ein paar sekunden wieder da so wieder da was meinst du mit gefiedert 3 1 alter hast du viele froh du bist einfach zu lieb du bist meistens durch tor gestorben nein ich bin einfach durchgehend gefokust weil du wenigstens genau weil ich ja die sieben insgesamt aber ja unter anderem ich bin doch hinter dir fickt die doch kommen befinden jetzt guckt die sind gut im tor vornehmung schätzt die mal gleich zur nächsten rai die flieger lente anbieter slow lente die gerade alle leute auf einen seraph gegangen ja so ein dragon anfangen Nein Botrück Auf die Scheiße Pushen wieder ulti Ja, das kann ich schon mal Warum kommt die erst jetzt? Fuck Weil Varus die ganze Zeit außerhalb war Ich wollte die erst machen, wenn die ja drin ist Morgana, you know? There are peoples And shit Geht aus dem Holt hier Warum geht man um dahin? Boah, das kann sich selbst LOL, wie Pädarius Epic Browns Kid Warum bist du Toplane? Weil die Minus gepusht haben Ah, gut Ich geh Botlane zu denen, ne? Und ich geh'n bisschen Warden ins Bett Ähm... Ich bin schneller als der Fecke, der hat keine Firma Boots So wie ich So wie ich Schon über Botrück, du warst ja nicht angerufen, was man Ja, aber ich bin einfach sehr viel schneller als er und der kann mich einfach nicht anjumpen oder shit tun Au Ich find's interessant, wie ich ignoriert werde, Mann Lassen wir die René Lassen wir die René dies hier einfach solo pushen Die kann einfach in 30 Sekunden unsere Lane pushen, aber okay Why not? Ich komm' die, ich glaub' die kommen zu dir Guck' mal, guck' mal, back, back, sofort Imposti, brü Ich komm' Bringt mir nicht viel Drei mal gestunt Sag' dich doch, die Kuhnen Zumal Ich schau' auch Sagt Ich hab' dich Ich hab' dich Dank für den Tag Geh' dich Hi Hi. Null. Oh, Seele. Oh, Seele. Muss Seele holen. Tower Hit ist es wert. Was? Ach so, der Xerath hat das Kind. Oh, diese tollen Seelen. Sweet Toads of Misery. No, no. Thank you, Dad. Ich hab nur 144 Farben. Nur. Ich hab die meisten Farben aus dem Spiel. Der nächste hier lang kommt, ist, glaub ich, gefickt. Okay. Ich hab die meisten Farben aus dem Spiel. Meinst du? Das ist doch nur ein 7... Ne, ein 8136. Oh, fuck. Let's go, Morgana. Shit. Shutdown. Lauf, Dorius, lauf. Also ichens lustig, wie ich immer wieder ignoriert werde. Well, Matt. Well, Matt. Klient. 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 Oh, guck mal. Viel geht. Wie viele Lady haben die im Team? Die haben Jax, By und Baris. Warum fokust du immer meistens die mit Kale Old? Er hat nur Idea. Und du hast geflasht. Weil die Kale Old kriegen, weil ich sie gefokust habe. Ah. Und warum fokust du sie danach noch mehr? Nein. Fühl ich nicht. Danach wechsel ich immer das Ziel. Oh, jo. So wie ich jetzt auch auf die Dings gegangen bin. Hab's gesehen. Aber der Flash war ein bisschen fort, ne? Aber der Flash war ein bisschen fort, ne? Du bist, glaub ich, nicht Double-Mette damit. Fuck. Nope. Boah, ne? Vollwürste. War nicht so toll. Die Fresse. Ich hab sie gejoked. Ich hab sie gejoked. Ich hab zwei Flashes für einen Flash raus. Nein, geh doch nicht weiter. Oh Gott. Wow. Hast du gerade diesen Kuh-Schaden gesehen? Jep. Verstehst du? Muh. Hahaha. Kuma. Stopp. Der musste sein. Stoop. You f***ed. What you doing? Spoozy. Spoozy. Stoop. Spoozy. 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 You port Varos for flaming Please. Please. Oh, Seele. Juuu. Ahhhh. Das ist ja einfach nichts anderes. Ne? Digga. Gut hüllt ist uns gerade. Oh Gott. F***ed. Machos. He is destroyed in the turret. novus. Cuis. Duh. läs. An enemy has been slaved. So wieder da. Hast du all dieses DUNKs gesehen? Den Sera Stun. Dann. Danach den Dings. Ich konnte mich einfach nicht bewegen. Ich war so like... No, you can do. So, like the next 10 house. Haus. Haus. Niegge. ich hab nigger mit lef summe weiß mich hat nigger beschleuniger der beschleuniger die mechaniker kann der elektroniker Oh, hallo Ja, oder halt auch nicht, ne Hallo, bye All those peoples Bye Bye Warum hast du dich links gezogen? Du faggot Lasst mich, Leute All diese Leute Für ein Madlife Ich hab sie abbekommen, sie hat mich gehittet Also bei Nee, hab ich auch nicht Ich hab nur ihre Kuh abbekommen Loll Loll For abuse Da ist De Varus Da ist ne Kuhi Da ist die Ringenganze Team Wow Au Oh, Mette Au, au Blase Ja Ha Can you not not, Seraph? Can you not not? Oh, Epic Battle of History Lol Der Hook hat sie getötet Ich schwör auch zu sagen The Hook Ich hab's auf Aufnahme Der Hook ist an allen vorbeigeflogen Und hat sie eins so berührt So am Arsch gekratzt Und sie ist dran gestorben einfach Kratz Bell Shield Look how big More shields Shieldception Get fucked Get fucked Warum tank ich? Warum tank ich nicht? Ich hab's gesehen Ich war drin Der Tower so like no Fokus in die Carry-Kost Why not? Das war noch schön Fick dich Kommt einfach und dunkt Der dunkt Oh Oh Nein Oh, mein Shield hat sich gerettet Nein, mein Flash hat mich gerettet Aber egal Mein Shield hat sich abgehalten Also mein Shield Hat einen Tower-Shot abgehalten Und du hast gerade so noch 300 Leben Jetzt komm mal auf mein Leben Jetzt nicht mehr Oh, diese Seele Muss haben Nimm sie Nimm sie dir Hier sind fünf Stück Oder so Ja Interessant 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 Ja Ja Mhm Fick dich Get you Siehst du diese Seraphols? Nach Dorio ist gerade Dragon Ja, machen die Warum XD? Ich hab ne Ideen Was war so lustig? Expandatonix Warum ist deine Musik eigentlich aus? Und du meinst, ich wäre nicht Madlife, Alter Bist du nicht Madlife ist asiatischer Ich bin Madlife, nur ein wenig asiatisch Ich bin Madlife, nur ein wenig asiatisch Take it, guck mal Denn not Jetzt zu spät Oh, guck mal beschwerde ich mich, solange der Kill da ist Ich steh 4-4-14, Alter Madlife Madlife Nein, nein, es geht mir um den Champion, nicht um den Kill Komm 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 Oh, dann geht's aus Äh, Digga Ich steh hier, du wirst deine Länzer Ich hab's gesehen Ich wollt grad ne Hook werfen Seele I took it Good it You did Ich will, das ist Ich will, das ist Ah, fuck, das shit Loll, das ist Bellimmune Komm on Komm on and slam Ich brauch unbedingt diesen, ähm, Jim-Mundo-Skin Leute Can you not, not Can you not, not, not Guck mal Stop Get fucked Ja, ja Ja, bitte Nein Xerath, äh K6 Nein Ah, verpiss dich Nein Get dunked Hast du's gesehen, den Dunk Ja Get dunked Get dunked Hooks Seele Seele GG Well played Well met Well met Bis nächstes Mal Well met Klient Klient Okay